Gunny, wir können. Okay, Wendeltreppe Skybridge. Ist deine Waffe verpackt? Junge, du gehst mir, weil du hier in einem lässigen Gang vor mir hin und her schlaufst. Hört ihr den nicht? Nein! Okay, der ist immer noch hier in diesem Turm, wo es hochgeht, zu den metallenen Bridge. Ach ja, okay. Wo ist der? Bei mir hier. Hast du ihn? Ja. Ne, das ist ein anderer. Pass auf. Ich geh hoch, Treppenaufgang. Ja, ich geh Metall. Oh, lag. Der nächste Tür zu hier. Ganz oben, ja? Ja. Oh, fuck! Er ist oben dritten. Er ist dritten. Ja, 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 scheiße. Come on, mei. Rett runter, rett runter. Hab ich. Hab die ihn nicht? Ja, die ja in der Luft einfach die Beine weggeklappt sind. Schade, schade. Schade, schade. Hab ihn. Alter, meine. Wenn ja dann nicht. Ach. Du kannst mir einfach die Beine weggeklappare. Ich kann dich nicht und schade. Ich kann mich schon mal sehen. Ich bin aber schnell. Loll, ich hab den fast nicht gesehen. Hast du ihn aber oder was? Ja. Ich hab den fast nicht gesehen. Alter, ich mich verjagd, Junge. Das war nur ein Scav. Der war gerade dabei, den anderen zu looten. Naja. Du musst absichtlich gucken, dass es hier nicht noch... Wo ist der? Noch einer. Nicht alle verarschen hier. Daumenflayer? Ja. Das da vorne auch Leichen? Scav Leichen, okay. Was schießt der Scav da jetzt? Okay. Ich snack mir kurz den Scheiß hier. Alter. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. Nö, nö, mein Freund, so nicht. Nö, mein Freund, so nicht. Nö, mein Skaff-Player, was gehe ich da so nicht? Er ist mir tatsächlich den ganzen Weg hinterher gerannt, der Sack. Habe mir aber zum Glück nicht gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir so hinterher rennt die ganze Zeit. Bist du ein Dreier gerade? Bin jetzt reingegangen unten, ja. Granate? Zu dir runter? Jo, alter. Ich bin doch vor deinen Füßen, aber wie? Ja. Das ist, glaube ich, bei mir draußen. Ja, das ist er auch. Das ist jetzt hier hinten an der Treppe. Die sind bei mir. Ach, Leute, die sind doch schon draußen. Die rennen, glaube ich, gerade nach hinten weg. Da sind zwei Stück. Oh ja. Nach hinten. Springt? Wer ist gesprungen? Ich. Bin hier unten am Fenster. Na, scheiß drauf. Du bist hier neben mir, ja. Ne, ich versuche die vielleicht irgendwie noch vom Hexenberg aus zu kriegen, weil die nach hinten weg sind. Scheiß drauf. Hmm. 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 Ich glaube, am Hexenberg ist was. Ruhig, ruhig. Einen habe ich. Der andere müsste rechts vorm Hexenberg sein, also wenn ihr vom Dorms aus Richtung... Ich bin rechts, auf der rechten Seite. Ich bin an der rechten Mauer aus. Ja, beim Zelt, ne? Ja. Genau, wenn dann ein zweiter ist, müsste er da sein. Weil einer hat eine Granate geschmissen und währenddessen ist der andere... Schießt da jemand? Nee. Hinter mir rennt was. Ich habe Schuss gehört aber. Metall? An den Rohren, ne? Ja. Oh, Leute. Ich bin beim Hexenberg, nicht mich erschießen, bitte. Ja, ja. Das ging ja mal um den Rohren. Ich guck grad für den Rohren ab. Hinter uns, wo die Schiffscontaine ist. Bleibst du gerade? Ich gehe hier vorne. Och, nee. Da sind zwei Spieler. Wo? Zwei Spieler. Links, Hexenberg. Diablo sehe ich. Hä? Wo seid ihr? Einer ist tot. Einer ist tot. Wo ist der andere? Granate? Der andere ist weiter... Handgranate. Der ist wieder zurück zu seinem Body gelaufen, da wo du den ehen anderen umgebracht hast. Der ist oben. Hilt? Ich hab einen. Der hilft. Guck mal auf dem Hill ist noch einer. Noch einer? Ich hab ihn gerade angeschossen, der ist von hinten zu dir gelaufen. Links ist auch noch einer hier unten bei mir. Ah, er hat mich auch. Nein, Mann. Das war zu durcheinander. Oh, da ist einer. Ach, Mann. Ich war so scheiße. Was war denn? Der ist hinten am SUV. Der ist hinten am SUV. Spieler. Ach. Am SUV? Ja, hinten an der Straße ist ein SUV. So weit hinten? Ja, der ist schon weggelaufen. Ja, der ist schon weggelaufen. Der war auf der anderen Seite des Bergs auch schon. Der hat ja da die Ablohung gebracht. Ruhig. Weiß ich nicht mehr. Schön. Hab ihn... Hab ihn... Ich glaube euren Scheiß kann ich so liegen lassen oder? Bei 10 Minuten? Nein, nein auf jeden Fall. Das wird jetzt keiner mehr mitnehmen. Ich snack mir jetzt den Scheiß, wo muss ich denn raus? ZB0 Crossroads, ok. Also Rough Gate rein theoretisch. Oder Vault Locked, links halt. Ich habe ihn natürlich komplett kaputt gemacht. Namen? Vault? Roncola. Rechts neben dir liegt auch sein Maid und der andere den er erschossen ist. Was ist das hier? Das ist DNE hier schon, ne? Level 3. Das ist DNE hier. Oh. Ciao. BIM 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 Puh Am Ende Da sind so viele noch Dann kam noch ein Zweierteam von links Hart Klang aber nicht hier wie Focknotz, sondern eher von einer Straße. Na vorne. Oh, die umlaufen uns. Scheiße. Ja, komm, hör doch auf, du gibst doch nur Headshots, Alter. Ist doch ein Witz, Mann. Ja, komm. 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 Meine Güte Reicht jetzt auch Gott mein Herz Alter GG boys GG Mein Herz Sorry for this Better luck next time Great fight You got my teammate earlier Oh Oh Gott, oh Gott Bist du noch da Diablo? Wahrscheinlich So Hallo Jetzt kannst du dir ausversichtlich nehmen mit dir Ja so Ja, nice fight ey Ja Ich habe erst gedacht, der rechts, dass das ein dritter ist So, die Frage ist jetzt, ob genug ist Aber das erste Mal, dass das war jetzt das erste Mal, dass da einer wirklich ankommt und GG sagt, ne? Ist, ich habe, die sehen auch erst seit dieser Runde meinen Namen Ja Okay Zwei komische Laser Das ist der andere Ich glaube, ich habe außen aber auch einen Ich glaube, ich habe außen aber auch einen Oh ne War der schon oben? Ich bin meiner Meinung, hier oben war einer Ja, ich dachte, das ist der, der nach rechts zieht Ja, ist Ja, fühle mich Ja, ist Ja, ruhig Vielen Dank. Irgendwas davon deins? Äh, ich will die MDR gekillt. Ja, das ist meine M4. Die hier? Ja. Okay. Meine Kopfhörer. Die hier sind deine? Ja. Okay. Mein Helm. Du hast ein Alten angehabt? Ach nee, den Urlaub. Alles gut. Ja, ist okay. Schrei mir nie an, sonst wäre ich anders. Aber die Lünen hätte ich auch sehr empfehlen mit rausgekommen, ne? Das ist echt sinnvoll. Ja, ist jetzt egal. Ja, sie hat nur fünf Ufer ein. Ja, die liegt jetzt bei den ganzen anderen Sachen auf dem Boden. Ja. Ja. Super. Ja. Ja. Okay, ich denke ein Tweaker hier. Denkst du ich hab das gedacht? Ich war schon tot in meinen... Ja, so. Wenn man die ganzen Runden davor denkt... Scheiße, doch die... Ne... Zu lang... Immer noch zu lang... Krieg ich die irgendwie mit? Scheinlich nicht. Wenn ich hier den Schally abmache, wie kurz ist die dann? Könnte ich auch, ne? Ist... Kannst du dir wohl gerade aufsetzen? Könnte ich, ja. Dann höre ich auch nix mehr. So... Das, da ist das... Ich komm hier raus? Nein, natürlich nicht. Dann trinke ich erstmal, ne? Ja, wo geh ich jetzt am besten raus? Über Crossroads drücken? Oder renne ich jetzt bis zum Dorms rüber und gucke, ob das Auto da ist? Ich glaube eher weniger. Ah, links außen lang und hoffen, dass ich langkomme, ne? Das ist der kürzeste Weg über... Weg über Rough Road Block. Boah, ich bin schon wieder langsam ist. Ich hab das Gefühl, ich hab einen vergessen. Hm? Soll das denn? Soll das denn? Wie bitte? Wir sind nicht... Soll das hin? Sie sind nicht klar. Zum Glück bin ich leise wie eine Gazelle. Wie viele denn? oh alter so 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 oh leck mich halt deine klappe meine wüte ist ja wieder alles voller scuffs am ende die arschgeigen die können einem das auch nicht ne so TheMilli SloppyNutSlopper und Throbslopper hab ich doch keinen vergessen nice game Que rotary � who lenses the A